Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einem neuen kleinen Video, auch mal wieder von mir. Ich habe lange nichts mehr von mir gehört und ja, ich habe einiges zu sagen. Fangen wir einfach mal direkt damit an. Wie ihr es wahrscheinlich schon gemerkt habt, war ich jetzt einige Zeit lang nicht mehr so aktiv mit meinen Videos. Das lag einfach daran, dass ich keine Lust hatte. Das klingt jetzt etwas härter als es ist. Ich hatte schon Lust die Videos zu machen, aber wie ihr vielleicht schon selber gemerkt habt, habe ich bei den aktuellen Folgen, habe ich jetzt immer noch so ein kleines Outro gemacht und das mit den Thumbnails und alles, habe ich es schon relativ aufwendig gemacht, meiner Meinung nach. Was sich im Endeffekt nicht gelohnt hat, meiner Meinung nach. Natürlich hat das auch immer wieder Spaß gemacht, aber wenn man dann so irgendwie 4-5 Aufrufe dafür hat, bekommt, finde ich, sollte das reichen, wenn man dann ein ganz normales Let's Play Video hochlädt, ohne da jetzt zu viel Zeugs draus zu machen, also jetzt ohne diese ganzen Outros und so, weil das doch viel Arbeit ist, wenn ich ehrlich bin. Und das war auch immer das, was mich so davon abgehalten hat, weiterzumachen. Diese, ja, sag ich mal, ja, diese Unlust darauf, dann etwas Neues zu machen, viel Arbeit rein zu investieren und dann doch keine Aufrufe zu kriegen. Ich werde das jetzt einfach so machen, dass ich meine Videos weitermache. Ich weiß noch nicht, ob ich die Thumbnails jetzt auch vereinfache, dass ich jetzt einfach nur noch das Spiel und die Nummer dahin packe, dass ich auch nicht mehr jedes einzelne Bild habe und dass ich das Outro auf jeden Fall weglasse. Also, das war einfach doch ein bisschen zu viel Arbeit für relativ wenig Erfolg, wenn man das so sagen kann. Denn ich habe ja immer noch Lust zu Let's Playen und wenn ich dann halt irgendwie nur ein paar Aufrufe kriege, stört mich das nicht ganz so viel, wenn ich einfach nur das normale Video hochlade, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich möchte mich dann nochmal entschuldigen, dass ich jetzt, ich weiß nicht wie viele Monate, vier oder fünf oder so, nichts mehr gemacht habe. Aber ab nächster Woche wird das dann wahrscheinlich wieder losgehen, wenn dann alles so klappt, wie ich es mir jetzt vorstelle. Ja, das war eigentlich schon alles. Ich hoffe, mein nerviges Rumgeklick hat euch jetzt nicht genervt, aber ja, was soll ich denn sonst machen? Ich hätte jetzt nichts anderes machen können. Ich hätte auch einfach die Maus die ganze Zeit still lassen können, aber habt ihr wenigstens was zu sehen. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!